1 Mio. Euro Umsatz, 1 Mio. Euro Auftragsvolumen innerhalb der nächsten 75 Arbeitstage. Das ist die Challenge, die ich jetzt gerade mit einem meiner Kunden vereinbart habe. Meine Damen und Herren, auf jeden Fall lohnt es sich schon mal, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren, beziehungsweise wenn du dieses Video auf LinkedIn siehst, TikTok und oder Facebook und Instagram, einfach schon mal zu followen, denn wir werden dich hier auf dem Laufenden halten. Ganz kurzes Video und drei Punkte, wie ich gedenke, dies zu schaffen. Wir reden hier von einem Kunden, der mehr oder weniger noch am Anfang steht, hat vielleicht schon ein paar Mitarbeiter und so weiter, aber wir sind auf jeden Fall unteres Level 6-stelliger Umsatz und wollen das sozusagen verdreifachen, 3- bis 4-fachen innerhalb von 75 Arbeitstagen und 3 Punkte auf einer Meta-Ebene. Natürlich hier keine wirklichen Details auf YouTube, ja, öffentlich raushauen, weil, ja, es sind ja genug Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitbewerber, die hier immer wieder reingucken. In dessen bin ich mir garantiert sicher. Manchmal habe ich das Gefühl, die gucken hier generell immer rein, um sich dann meine Ideen zu kopieren, dann mit ihren höheren, größeren, was weiß ich, Geldern dann irgendwie das dann sozusagen zu verwerten. Ist mir auch wurscht mittlerweile, aber ich muss natürlich dann auch ein bisschen daran halten und hier nicht immer alles ausklaudern. Aber diese Challenge, die hat es wirklich in sich. Hier die drei Punkte. Erstens Zielgruppenbesitz. Wir haben entweder Zielgruppenbesitz schon vorhanden oder Zielgruppenbesitzpartner, die wir identifiziert haben, die wir nutzen. In der IT-Branche ist es super wertvoll, ja. Bedeutet im Klartext zum Beispiel, wir haben eine Liste von 50.000 Firmen, die Microsoft im Einsatz haben. Okay. Und mein Kunde hat ein besonderes Add-on, das er verkaufen will, das sozusagen zum Beispiel Power BI-Tools und Ähnliches, ja, auf diesem Microsoft-Stack halt aufbaut. Ist jetzt in dem Fall nicht der Case. Wie gesagt, ich verrate nicht, worum es hier wirklich geht. Das dann, wenn wir es geschafft haben, wenn wir auf der Million sind, dann vielleicht ein paar mehr Details. Ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt, das ich schon mal in der Vergangenheit gemacht habe. Zweiter Punkt. Wir schauen uns explizit an, welche Tools haben wir im Einsatz? Also, welches sind die absolut notwendigen Tools? Denn wir wollen natürlich jetzt hier nicht irgendwie super viel Geld investieren, also gleich mehrere tausend Euro für irgendwie Tools, aber gleichzeitig aber auch die nötigen Tools kaufen, sozusagen investieren von einer ersten Sekunde an. Also vieles ist ja so, dass man sagt, naja, also fast ausschließlich alle Freelancer oder Start-up-Unternehmer und so weiter, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, die sind immer so, naja, erst mal Umsatz machen, erst mal das, erst mal dies, erst mal Mitarbeiter, erst mal das schaffen, erst mal dies schaffen. Ja, und dann kann ich immer noch von Excel-Sheet auf CRM, von Excel-Sheet auf, was weiß ich, Buchhaltungstool, von Excel-Sheet auf Marketing, Analytics-Tool oder was weiß ich. Ja, also in dem Fall erst mal irgendwie Word und Office 365 für alles nutzen. Ja, so dieses typische, diese typische Denke. Ja, also die aller, allerwenigsten haben wirklich Tools im Einsatz und diejenigen, die Gedanken spielen, sich ein Tool anzuschaffen, also die quasi schon kaufbereit werden, die schaffen es häufig nicht, auch da wieder von großer Prozentsatz, die schaffen es häufig nicht, eine Entscheidung zu fällen und ich habe da wirklich 100% mitgefühlt, denn die Tool-Landschaft da draußen ist geradezu erschlagen. Ja, und dann englische Tools, deutsche Tools. Ist das konform? Ist das dies? Ist das? Also du wirst ja komplett gaga, ja. Deswegen, mit meinen ganzen Vorkenntnissen helfe ich natürlich auch gerne weiter. Ja, ich habe da bestimmt schon 10.000 Stunden investiert, wären wie 10.000 Euro umgerechnet, ja. Und wir fangen also sozusagen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis an an Tools. Ja, das sind in der Regel so 5 bis 6 Tools, die wir auf einen Schlag sofort einsetzen. Ja, garantiert ein CRM-Tool ist da mit dabei. Ja, also wehe dem, der erstmal ein paar hundert Daten sammelt und das dann irgendwie in ein CRM noch im Nachhinein irgendwie einpflegen möchte, ja. Und dann niemanden hat, der sich damit auskennt. Also, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, wir sind gerade dabei, uns zwei, drei Leute zu suchen, die uns von Beginn an dabei unterstützen. Das heißt, wir gehen auch hier ein bisschen sozusagen ins Risiko und Vorleistung, dass wir hier uns zwei, drei Leute suchen, die gewisse Aufgaben, ganz konkrete Aufgaben, da werde ich dann noch im Weiteren, wie es in den nächsten folgenden Wochen, vielleicht noch ein bisschen detailliert darauf eingehen. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier den Kanal zu abonnieren, ja, oder mir zu folgen, welche Leute es sind, für welche Tasks. Es geht dabei um, sagen wir mal, Tasks, wo jetzt weder der Kunde noch ich aktuell wirklich Kernkompetenzen haben oder diese auch nicht wirklich, sagen wir mal, als Teil meiner Kerndienstleistung ich anbiete, aber doch sehr, sehr notwendig sind. Das haben wir identifiziert, ja, da geht es um so Sachen wie, ja, Branding und solche Sachen, dass wir das quasi von Beginn an mitspielen lassen, das Ganze, ja. Okay, so, das ist die Challenge. Das ist was, wo wir so in der Weise bis jetzt noch nicht gemacht haben oder nicht so häufig. Also ich habe häufig in der Vergangenheit schon, sagen wir mal, viele, viele Umsätze machen dürfen mit meinen Kunden, Leads, viele Leads generiert und all diese Themen, aber nie so wirklich, so absolut in der Gesamtheit von Grund auf, ja. Also das ist ganz wichtig. Häufig haben wir einfach Kunden gehabt, wo wir dann sozusagen, zum Beispiel Branding gemacht haben, erst und später und Zeitpunkt, ja, wenn schon einfach viel mehr Umsatz geflossen ist und so weiter. Also dieses Mal wollen wir das Ganze sozusagen von Grund auf alle Faktoren mitspielen lassen, ist eine Challenge, ja, ein bisschen was Besonderes und das möchte ich jetzt sozusagen zumindest zum Teil auch dann wieder hier wiedergeben und auch ein bisschen meinen Followern und meinen Folgenden und so weiter hier mitteilen und dran teilhaben lassen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf deine Teilnahme, Teilhabe und folge den Kanal, gib uns einen Daumen hoch, immer sehr wichtig und dann ciao, happy hunting.